Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Bia. Jetzt wird immer schlimmer. Dabei hat er eh nur 18,12 Kilo. Paket 4 von 5 endlich tot. Ich habe mich verletzt. Au. Jetzt bin ich tatsächlich übel. Ich habe schon gewusst wieso ich so lange aufstehe. So, da haben wir die letzten zwei geschenkten Räuser. Die sind 40 mal irgendwas. Ich habe es vergessen. Ich glaube 20. Ich glaube ich schreibe es wieder zu. Was das so anstrengend ist, hätte ich da noch nicht gedacht. Lass uns mal da. Wie geht das raus? Ich kenne mich nicht aus. Wie geht das raus? Ah, das ist das Teehaus. Das ist in Form eines Tees. Man sieht es irgendwie, hoffe ich. Kann man anstecken an die anderen Häuser. Was ist das da? Das ist das L-Haus. Und wenn man zwei von diesen bestimmten Häusern bestellt hat, hat man eben diese kleinen I-Häuser dazu geträgt. Und dementsprechend habe ich das genommen. Für die Kaninchen. Das L-Haus. Ich glaube das letzte überlebe ich nicht. Muss ich dann mit einem anderen bitten, dass er meine Videos schneidet und hochlädt. Das wird mein letztes sein. Ich schwitze. Dabei ist es halt gar nicht so heiß. Naja, das sieht so aus. Die fühlt mich sehr gut. Kaninchen machen eh alles kaputt. Da wird natürlich alles lackiert. Und ich kann mich schon gar nicht mehr hochnehmen. Mich hat die Kraft verlassen. Ja, das war das Video. Sie werden zum Glück immer kürzer. Aber jetzt kommt dann endlich das Set, auf was ich warte. Die Heuraufe für die Kaninchen, weil die haben ja bis jetzt keine gehabt. Das habe ich immer ins Klo legen müssen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten. Äh. Die Heuraufe für die Kaninchen. Ich hab da das Video gefallen, weil die Kaninchen mich auf. Ja, dass meine Kanal gut macht, dann zum nächsten Mal. Ja, das habe ich ja alles forearm gemacht. Und ich kann auch noch mehr abschauen. Sie hat mir ja alles dran am besten. Ich hoffe, das war es noch nicht. Echt, da kann man schnell, das war ich. Und ich habe das Video gefallen. Und ich hab den rausgebracht. Genau, ich habe jetzt noch mal angefangen. Also, das ist ja auch nicht so. Vielen Dank.